Mitverantwortlich für die Planung und Umsetzung des Tag der Lehre, der schon übermorgen bei uns an der Fachhochschule St. Pölten stattfindet. Und lieber Otfried, bitte stell dich vor. Mein Name ist Otfried Knoll, ich leite hier das Department Bahntechnologie und Mobilität an der Fachhochschule St. Pölten, bin Studiengangsleiter für mehrere Studiengänge und komme aus der Eisenbahnpraxis. Also mein Berufsleben, das jetzt fast schon 40 Jahre dauert, hat sich immer rund um Eisenbahn, Verkehrsplanung, öffentlichen Verkehr, Technik, aber auch Marketing gedreht. Und deswegen schaue ich, dass in unseren Studiengängen immer auch die Kundenbeziehungen, also nicht nur das reine technische Element, sondern auch das, was Fahrgäste, was Güterkunden, was Besteller von Verkehrsleistungen betrifft, entsprechend Platz finden. Gut, wunderbar. Erste Frage ist, so projektbasiertes Lernen, warum sich der Tag der Lehre dreht. Was glaubst du, wie könnte man das machen, dass ein Erfolg garantiert nicht gewährleistet ist, dass man das vollkommen in den Sand setzt? Ja, wenn man es vollkommen in den Sand setzen will, dann macht man Frontalunterricht. Dann stellt man sich hin, draußen an die Tafel, wenn man alles wissen würde, setzt gleichzeitig voraus, dass die Studierenden das auch alles wissen und wählt eine Form der Kommunikation, die möglichst langweilig und einschläfernd wirkt und gibt überhaupt keine Rücksicht darauf, welche Herkunft die jeweiligen Studierenden haben, welche eigenen Kompetenzen sie mitbringen und betet halt seine Inhalte herunter und dann hofft man, dass die Zeit vergeht. So würde ich das machen, wenn ich es nicht machen würde. Ja, was uns zu der Frage führt, was sind aus deiner Sicht Erfolgsfaktoren für das projektbasierte Lernen? Meiner Meinung nach ist es ganz wichtig, auf die individuellen Charaktere der Studierenden einzugehen, sich ein Bild einmal zu verschaffen, wo kommen sie her, was haben sie in ihrem bisherigen Berufsleben? Ich muss dazu sagen, wir haben größtenteils Berufsbegleitungsstudierende. Was haben sie also bisher im Berufsleben für Perspektiven gehabt? Sind das weit gefasste Perspektive, sind das eher eingeschränkte Sichtweisen? Das muss man vorher, glaube ich, wissen, bevor man ein Projekt startet. Und auch im Projekt muss man die Freiheitsgrade, die das Projekt zulässt, von vornherein sich überlegen, aber auch Spielraum dafür lassen, im Projekt dann draufzukommen, vielleicht gehe ich doch lieber in eine andere Richtung, stelle die Weiche vielleicht in die Mittelstellung statt genau nach links oder genau nach rechts und schaue, wie sich die Vorgangsweisen, die Zugänge im Projekt entwickeln. Also man muss einfach flexibel sein und auch auf sich ändernde Rahmenbedingungen in gewisser Weise bereit sein, Rücksicht zu nehmen. Gut, fantastisch. Was wirst du beim Tag der Lehre inhaltlich methodisch einbringen? Ich werde ein Projekt vorstellen, also eigentlich eine integrierte Lehrveranstaltung, die heißt Verkehrsleistung. Aus dem Titel heraus kann man eigentlich noch gar nicht erkennen, worum es dabei geht, aber ein Planspiel zur Gründung eines Eisenbahnunternehmens, da wird es schon ein bisschen anschaulicher. Und Planspiel bedeutet, dass hier verschiedene Rollen eingenommen werden von den Studierenden, bedeutet aber auch, dass ein Plan dahinter steht, heißt nämlich, am Ende steht ein Businessplan beziehungsweise steht der Aufbau eines virtuellen Eisenbahnunternehmens, das es noch nicht gibt, dass die Studierenden aber unter, ich sage mal, gar nicht so einfachen Rahmenbedingungen erschaffen und sich ausdenken müssen. Und da nehmen die Studierenden verschiedene Rollen ein, verschiedene Stakeholder-Rollen. Und in der Interaktion dieser Rollen zueinander liegt eigentlich das, ich sage mal, das Projektkonzept auch dahinter, weil jeder, der eine Rolle oder jede, die eine Rolle einnimmt, hat diese auch glaubwürdig zu vertreten, muss sich also mit den Vorgängen auseinandersetzen, die dieser Rolle zugeordnet sind und muss auch in der Lage sein, auf Entwicklungen, die auftreten, einzugehen. Das heißt, auch die Studierenden müssen hier durchaus flexibel und vielleicht anpassungsbereit sein, weil die Aufgabenstellung ist schon klar, aber im Laufe des Projektes, das sich über fast ein ganzes Semester zieht, ist allein aus der Interaktion zwischen den einzelnen Studierenden, zwischen den einzelnen Rollen sehr viel Herausforderung, die man zunächst vielleicht noch nicht so erkannt hat, nämlich sich abzustimmen, zu schauen, wie machen es die anderen, worauf muss ich achten, sind meine Annahmen überhaupt umsetzbar, fährt mir da jetzt ein Konkurrent auf einmal dazwischen. Also hier braucht man natürlich auch eine entsprechende Begleitung. Und das Setting in diesem Planspiel ist natürlich so, dass zunächst einmal die Aufgabe gestellt wird, dann intensiv darüber diskutiert wird, wer welche Rollen einnehmen wird. Und wenn die Rollen einmal festgelegt sind, natürlich, wie gehe ich jetzt damit um? Was sind die Annahmen im Projekt? Sind die überhaupt realistisch? Sind die gesetzlich oder technisch überhaupt machbar? Kann ich von diesen Annahmen ausgehen? Dann werden die Studierenden eben sozusagen ins kalte Wasser gelassen und arbeiten intensiv am Projekt. Gut, wunderbar. Ein spannender Beitrag, auf den wir uns schon sehr freuen. Vielen Dank für dieses Gespräch und wir freuen uns schon auf den Tag der Lehre auch mit dir. Alles Gute. Ja, danke auch. Vielen Dank. Vielen Dank.